Was ist die Stadt, in die wir auf gar keinen Fall reisen sollten? Oder die Gegend? Oh, das muss ich wissen. Dialekt? Da kann man sich eigentlich nur Feinde machen mit so einer Frage. Nein, aber was ist der Dialekt? Was ist der Nachlässigenswert? Du bist ja immer fein raus. Ich habe nur die Frage gestellt. Ich gebe nicht die Arme. Ich gebe nicht die Arme. Ich stelle die Frage und da bleibt sie auch stehen. Ich kann die für den Dialekt beantworten. Und das ist, man verzeiht es mir, Lörrach. Lörrach? Lörrach. Schweizer Grenze, Südschwarzwald. Eine ganz fiese Mischung aus Schweizerdeutsch, Alemannisch und so schwäbischem Dialekt. Das ist ganz hart. Wohnen Sie weit weg von Lörrach? Ich wohne weit weg. Das ist gut. Aber ganz kurz. Also relativ weit. Immer wenn ich an dem Ort vorbeikomme, ich liebe diesen Ort. Ich war noch nie da. Ich weiß nicht, wie die da sprechen. Ich weiß, dass die Gegend bestimmt genau wie Lörrach klingt. Das ist das, was ich meine. Du fährst da vorbei und wir lachen jedes Mal. Nichts gegen Lörrach, bitte. Ich war noch nie da, um Gottes Willen. Aber alleine Lörrach. Ich finde, das ist so ein lustiger Name. Lörrach. Okay. Es klingt wie eine Mandelentzündung. Ja. So ein Rachitis. Also unterm Strich. Unterm Strich. Ja. Gibt's trich....